Obwohl Lone of Zoro die erste Person war, die in die Stroh-Piraten-Bande beigetreten ist und wie ihn jetzt schon seit über 1000 Kapiteln mitverfolgen können, ist er dennoch die mysteriöseste Person in der Crew. Urplötzlich tauchte er eines Tages im Dorf Shimotsuki auf, mit dem Willen stärker zu werden. Seine Eltern sieht man nirgends. Will er etwa mit diesem Wunsch seine Eltern beschützen? Als er im Dojo von Koshiro war, kämpft er erstmals gegen Kuina und verliert. Von nun an behandelt Koshiro Zoro wie als wäre es sein eigener Sohn. Nach dem 2001. Kampf, wo sie Gefühle füreinander sogar entwickelt haben, kommt es zum Tod von Kuina und warum sie gestorben ist, ist bis heute immer noch ein Rätsel. Es ist sehr gut möglich, dass ich dieses Rätsel ein für allemal gelöst habe und wenn ihr erfährt, was hinter Zoro und hinter dem Vorfall mit Kuina wirklich steckt, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich ein ganz anderes Bild von Zoro bekommen und die Leute, die sagen, dass Zoro einseitig ist, sie werden Zoro wirklich anhimmeln, Freunde. Diese Theorie ist so lang und so kompliziert, dass ich das Ganze natürlich nicht in einem Video erklären kann und heute werden wir mal auf die Ideologie von Zoro zu sprechen kommen und den Charakter sozusagen bekannt geben, an dem sich Eiichiro Uda inspirieren lassen hat. Wenn ihr nichts mehr zu One Piece verpassen wollt und weiterhin Theorien hören wollt, die ihr sonst irgendwo anders gebt, dann lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da und ihr könnt natürlich auch den Kanal kostenlos abonnieren. Viele von euch, die One Piece schon länger verfolgen, sollten wissen, dass Uda es mag, immer wieder neue Charakter einzuführen, die uns die Arc sozusagen ein bisschen besser erklären können, wie zum Beispiel Otama, wo wir am Anfang dachten, okay sie ist unwichtig, im Endeffekt gehört sie ja zu den wichtigsten Charakteren auf dem Schlachtfeld in Onigashima. Neue Charakter einführen ist natürlich nicht so einfach, zudem hat One Piece die Schwierigkeit aufgrund dessen, dass es halt so lange geht, dass man, wenn man zu bereits bestehenden Charakteren neue Informationen droppen will, muss man auf alles drum herum achten. Es muss so glaubwürdig wie möglich rüberkommen und Eiichiro Uda tut sich da bisher eigentlich nicht so schwer, aber er wagt sich auch nicht wirklich was. Zum Beispiel bei Sanji haben wir sehr gut beobachten können, dass es schon eine Weile gedauert hat, bis wir alle verstehen, okay da könnte doch noch irgendwas vorher gewesen sein. Denn wir wussten nur, dass er mit Jeff sozusagen an einem Ort gestrandet ist und sie dann später das Baratie gegründet haben, aber wir wussten nicht was vorher war und viele hatten gar nicht den Horizont zu erwarten, dass da auch noch etwas kommt. Aber Eiichiro Uda hat uns mit diesem Wanted Poster mit Onigalive gepackt und zudem kam natürlich im Endeffekt der Hulkick Island Arc zustande, wo wir dann alles erklärt bekommen haben. Eiichiro Uda schafft es also nur, Charaktervergangenheiten richtig zu erklären, wenn er zudem einen Arc hat, der auch zu diesem Thema passt. Dass der Wano Kuni Arc ein sehr guter Ort dafür wäre, Zoros Vergangenheit zu erklären, denken natürlich sehr viele. Ich bin auch natürlich ein Befächter davon, dass wir vielleicht irgendwas über Zoros Vergangenheit hier schon mal erfahren, aber das komplette Paket, das hebt sich denke ich mal Uda fürs Finale auf, weil die Enttüllung könnte schon krasser werden als einige glauben. Eine Sache ist mir in Zoros Vergangenheit sehr stark aufgefallen und zwar nachdem Kuina gestorben ist, hat sich Koshiro mit Zoro sehr beschäftigt. Als wäre nicht er der Verletzte, weil seine Tochter gestorben ist, sondern als wäre Zoro der Verletzte, weil Kuina gestorben ist. Das ist irgendwie verständlich, weil Zoro natürlich Kuina als große Rivalin hatte, aber dennoch etwas komisch, wenn man bedenkt, dass Koshiro die ganze Zeit über so ruhig geblieben ist, obwohl seine Tochter gestorben ist. Durch das Training mit Koshiro wurde Zoro nicht nur stärker, sondern auch deutlich weiser. Von dem Zoro, der ungeduldig ist, war nichts mehr zu sehen. Zudem änderte sich sein Charakter von 0 auf 100, weil Koshiro ihn ab sofort den Weg zeigte, den er von nun an laufen soll. Dieser Weg erinnert sehr stark an einen berühmten Samurai aus unserer Welt und wir wissen Uda inspiriert sich gerne an Personen, die in Wirklichkeit gelebt haben, weil dadurch viel bessere Charaktere entstehen können. Ich denke mal, ihr merkt sofort, dass es hier Parallelen zu One Piece gibt. Miyamoto Musashi hat geheime Tagebücher verfasst, wo er seine Prinzipien niederlegte. Er hat sogar 21 Prinzipien oder Regeln aufgestellt, die dazu führen, dass man sozusagen ein ehrenhafter Samurai ist. In One Piece haben wir hier diese Parallele bei Kurosuki Uda. Dieser hat auch ein Logbook verfasst, wo er seine Reise erklärt und natürlich seinen Charakter offenbart. Bevor wir uns den 21 Regeln von Miyamoto Musashi widmen und sie mit Zoros Charakter in Vergleich setzen, sollte noch gesagt sein, dass es zeitlich einfach perfekt passt, dass Uda sich hier inspirieren lassen hat. Denn One Piece spielt in der Zeit 1524 und Miyamoto Musashi ist auch 1500 geboren worden, Freunde. Was könnte nur passender sein? Jetzt kommen wir mal zu Zoro und vergleichen ihn mit diesen 21 Regeln und vielleicht werden wir seinen Charakter dadurch ein bisschen besser verstehen, weil ich bin mir sicher, dass diese Regeln alle zum Teil auf Zoro zutreffen. Die erste Regel lautet Akzeptiere das Leben, wie es ist. Ich denke, Zoro hat uns oft bewiesen, dass er akzeptiert, was er erleben musste und was er erleben wird. Er sagt sogar, das Leben ist wie ein Kampf. Du musst nur bereit sein, dich diesem Kampf zu stellen und wenn du verlierst, dann warst du es einfach nicht wert, weiter als hier hin zu kommen. Strebe nicht nach Vergnügen. Lauren und Zoro ist der Strohpiratenband nur beigetreten, um der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Natürlich vergnügt er sich mit der Strohpiratenbande zusammen, aber er stellt sein Training und andere Sachen, die ihm wichtig sind, um sein Ziel zu erreichen, nicht hinten an. Durchschaue die Dinge auf den ersten Blick. Diese Regel hört sich sehr komisch an, aber damit ist jetzt nicht gemeint, dass du alles, egal wie kompliziert es ist, auf den ersten Blick durchschauen sollst. Du sollst aber versuchen, es zu durchschauen und Zoro hat uns bewiesen im Kampf gegen Mr. One, er hat durchschaut, wie er Mr. One sozusagen besiegen kann. Mit der Technik, die ihm damals Koshiro verraten hat. Betrachte die Welt mehr als sie selbst. Ich denke mal, jedem sollte bewusst sein, dass man selbst nicht so interessant sein kann, wie die ganze Welt. Und dadurch, dass zum Beispiel Zoro die ganze Welt betrachtet und nicht nur sich selbst, ist ihm zum Beispiel auch im Kampf gegen Mr. One sein Trainer eingefallen, wie er ihm sagte, es gibt auch Schwertkämpfer, die können schneiden, ohne zu spalten. Kontrolliere dein Verlangen. Ich denke, ihr merkt, dass einige Regeln sich sehr ähneln und das gleiche aussagen wollen, aber ich denke, wir wissen, dass auch Zoro sein Verlangen kontrollieren kann und mehrere Tage gehungert hat. Bedauere niemals, was du getan hast. Auch wenn Zoro Mihawk darum gebittet hat, ihn zu trainieren, hat er bis heute nicht den Mund aufgemacht und gesagt, ich bereue es, dass ich meine Ehre weggelegt habe für meine Freunde. Sei niemals eifersüchtig. Wir haben Zoro, denke ich mal, während der ganzen Story noch nicht mal einmal eifersüchtig gesehen. Sei nicht betrübt über Trennungen. Obwohl Kuina gestorben ist, konnte Zoro weiter voranschauen und ist seinem Ziel gefolgt, was er Kuina versprochen hatte. Beschwere dich über niemanden und nichts. Das ist eine Sache, die Zoro noch nie gemacht hat. Lasse dich nicht ausschließlich von Lust oder Liebe leiten. Zoro behält immer klaren Verstand und tut nur das, was er im Inneren für richtig hält. Habe keine Vorlieben oder Abneigungen. Zoro hat uns bis jetzt keine Vorlieben und Abneigungen gezeigt. Lehne keinerlei Unterkunft ab. Wenn du irgendwie in einer scheiß Unterkunft wohnst, dann solltest du jetzt nicht sagen, ey, ich muss irgendwo anders hin, sondern akzeptiere, wo du bist. Und Zoro hat immer akzeptiert, wo er ist. Jage nicht den Geschmack von Essen hinterher. Zoro war niemand, der irgendwie ein bestimmtes Essen bevorzugt. Er will natürlich nur seinen Magen voll haben, weil was er isst, ist ihm nicht wichtig. Das er isst, ist ihm wichtig. Halte nicht an Besitztümern fest. Ich denke, allein das Beispiel, das Zoro Shizui abgegeben hat, zeigt ja schon, dass ihm Besitztümer, außer vielleicht das Wado Uchimonji, nicht wirklich sehr wichtig sind. Handeln nicht nach Überzeugung von anderen. Zoro ist der Letzte, der nach Überzeugung von anderen handeln würde. Er wurde nicht umsonst Ronin auf Wano Kuni genannt. Auch wenn Roshi sein Kapitän ist, sind sie sowas wie Freunde und beraten sich gegenseitig. Werde ein Meister einer Disziplin. Zoro wird der Meister im Dreischwerter-Kampfstil. Fürchte dich nicht vor dem Tod. Zoro hat keine Angst zu sterben, das hat er, denke ich mal, auch Phyllabag im Kampf gegen Barton Mürsberg bewiesen. Wünsche dir keinen bequemen Altersruhersitz. Also damit ist gemeint, du sollst dich an deine Rente denken. Und Zoro lebt im Hier und Jetzt. Er denkt gar nicht daran, was er tut, nachdem er sozusagen gealtert ist. Achte Gott und Buddha, mach dich aber nicht von ihnen abhängig. Zoro hat natürlich in gewisser Weise den buddhistischen Glauben irgendwie geerbt. Höchstwahrscheinlich von Koshiro, weil die ganzen Regeln von Miyamoto Musashi kommen in gewisser Weise vom Buddhismus. Und deshalb hat natürlich Zoro diesen Aspekt auch erfüllt. Verliere nicht deine Ehre. Ja, einige würden jetzt sagen, okay, der hat seine Ehre verloren, als er sich vor Miyok hingekniet hat, seinen Rivalen, nur um Ruffy hier behilflich zu sein auf seiner Reise. Aber meiner Meinung nach war es jetzt kein Moment, wo man sagen kann, Zoro hat seine Ehre verloren. Er hatte sozusagen seine Ehre aufs Spiel gesetzt für seine Freunde und das ist eine ehrenhafte Aktion gewesen, in meinen Augen. Aber man kann natürlich Ehre nicht definieren und das ist halt eine Sache, die auch gut so ist. Einige von euch könnten sagen, es war ehrenvoll, einige andere aber, es war ehrenlos. Folge stets ein und demselben Weg. Zoro ist von seinem Weg bisher noch nie abgewichen. Er will der beste Schweizkämpfer der Welt werden und das wird er auch zum Ende hin werden. Damals gab es wirklich sehr viele Samurai und viele wollten den ehrenhaften Weg gehen, den Miyamoto Musashi für sie öffnete. Dieser Weg wurde aber meist denen vorgeschlagen, die in ihrer Vergangenheit Schlimmes taten. Selbst Kinder, die Unrecht anderen antaten oder wo gesagt wurde, sie tragen einen Dämonen in sich, haben sozusagen von ihren Meistern diese Regeln aufgezogen bekommen, um sich zu ändern. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Zoro in seiner Kindheit etwas tat, was er zu bereuen wissen musste und deshalb griff Koshiro ein, damit sich Zoro von nun an änderte. Doch was ist die Sache, die Zoro getan hat? Warum musste er diesen anstrengenden Weg gehen, den ihn Koshiro aufbereitet hat? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil dieser Theorienreihe rund um Zoros Geheimnisse. Aber ich denke, in diesem Video habt ihr endlich gelernt, wie Zoro so tickt und von wem sich hier Eiichiro da inspirieren lassen hat für den Charakter Lowen und Zoro. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Kurosuki, One Piece. Kurosuki, One Piece.